Ja, und jetzt sind wir auch schon soweit. Wir kommen zu den Fragen, die uns die Zuschauerinnen und Zuschauer reingeschickt haben. An alle jetzt zu Hause, wenn Sie jetzt sagen, oh, ich bin ja noch gar nicht dazu gekommen. Sie haben auch jetzt weiter die Gelegenheit, während wir die ersten Fragen schon einmal aufgreifen, können Sie auch gerne noch weiter Ihre Fragen schicken über die Kommentare bei Facebook oder YouTube oder auch per E-Mail. Und dann starten wir, würde ich sagen, gleich mal mit der ersten Frage. Die geht an den Herrn Gotthard von Gabriele Renaud. Ich hoffe sehr, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und die Dame spricht nochmal ein Thema an, über das wir eben schon gesprochen haben. Sie fragt, was bringen mehr Sitze für die Regionen in der heute gestarteten Konferenz zur Zukunft der EU? Können Sie das nochmal erklären? Naja, es ist so, wenn wir darüber reden, wie Europa besser arbeiten kann und soll und wie bessere Gesetzgebung funktionieren kann oder auch bessere Schwerpunktsetzung, also worum muss sich Europa kümmern? Da muss ich doch die mit einbinden und fragen, die diese Gesetze umsetzen müssen. Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, dass 70 Prozent in den Kommunen und Regionen umgesetzt werden muss. Also der Bürgermeister, wenn ich mal diesen extremen Vergleich mache, der Bürgermeister weiß im Zweifelsfall besser als der Brüsseler Beamte, wie europäische Gesetze wirken. Also will ich doch den am Tisch mithaben, wenn ich darüber rede, wie Europa besser funktionieren kann. Der EU-Beamte wird immer sagen, läuft doch eigentlich ganz rund. Aber der Bürgermeister weiß, wo es nicht rund läuft. Wunderbar. Dann hoffen wir, dass die Frage von der Frau Renault damit beantwortet ist. Wir machen weiter mit unserer zweiten Frage an Herrn Dr. Huber. Rainer Gederer möchte wissen, die Schotten haben am Donnerstag gewählt. Wie sehen Sie die Chancen für die Rückkehr in die EU? Sehr spannende Frage. Ja, da kann man natürlich ganz lange drüber sprechen. Tatsache für mich, und so möchte ich das generell beantworten, jeder, der sich aus der EU entfernt, und da denke ich natürlich auch an den Brexit, ist für dieses gemeinsame Projekt aus meiner Sicht ganz, ganz schade. Realistisch, ich bin jetzt da nicht der außenpolitische Experte, würde ich meinen oder befürchten, dass es nicht so schnell möglich sein wird. Aber da würde mich die Einschätzung von Tobias, der da vielleicht noch ein bisschen mehr damit interessieren. Gerne. Ja, wenn ich darf. Wir hatten ja vor einigen Wochen im Europaausschuss meine schottische Europaausschuss-Vorsitzenden-Kollegin zugeschalten. Und es war eine sehr spannende Debatte. Und wir haben daraufhin auch als Freireiter-Landtagsfraktion einen Antrag gemacht zu den bayerisch-rottischen Beziehungen im Lichte oder im Schatten des Brexits. Mein Eindruck, ganz ehrlich, ist nach dem Erfolg, den die SNP und Sturgeon eingefahren haben bei den Wahlen, also fast eine absolute Mehrheit, aber eine klare, deutliche Mehrheit, auch zusammen mit den Grünen meines Wissens, die sehr proeuropäisch ausgerichtet sind. Ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall der Wunsch oder dem Wunsch der schottischen Bevölkerung, ein zweites Referendum durchzuführen oder ein nochmaliges Referendum, dass dem, vermute ich mal, durch steigenden politischen Druck bis 2023 entsprochen werden muss. Und wenn dann entschieden wird, dass die Schotten zurück wollen in die EU, dann finde ich, sollte diesem Land, also jetzt noch Region, aber dann diesem Land wirklich jede Türe offenstehen, denn ein Volk auszusperren aus Europa, obwohl sie es nicht wollen, ist eigentlich widersinnig. Ich finde das bei der Thematik auch wahnsinnig spannend, wie anders man jetzt dieses eventuelle neue Referendum der Schotten sieht im Vergleich zu dem Vergangenen, dass man ja eher mit Vorsicht, mit wenig Angst, mit Sorge betrachtet hat. Und jetzt, wenn man denkt, die Schotten könnten möglicherweise wieder zurück in die EU kommen, dann ist es ja doch eher etwas, was man positiv sehen würde. Damit kommen wir jetzt zu unserer nächsten Frage. Ein User mit dem Namen Lupo möchte von Herrn Beck wissen, die EU steht vor vielen großen Projekten. Wieso bekomme ich das Gefühl, dass hier nichts vorangeht? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, naja, das ist eine Frage der Perspektive. Ich sitze einfach in Brünn, in Mern und vor 20 Jahren gab es in der Stadt nur ein paar provinzielle Universitäten und die Stadt war eigentlich eine ein bisschen schmutzige sozialistische Industriestadt. Und heute ist es ein Zentrum von IT-Technologien und eine Stadt, in der die Universitäten ganz gut im internationalen Wettbewerb funktionieren. Eine Stadt, wo viele Ausländer jetzt auch leben, was früher nicht der Fall war. Und von dieser Perspektive passiert vieles für mich in Europa. Also es ist wirklich eine Frage, wo man eigentlich ist und von welcher Stelle man es ansieht. Ich bin überzeugt, dass es Orte gibt, wo es nicht so schön aussieht wie aus Brünn. Das ist völlig klar. Und man muss daran arbeiten, dass auch in anderen Gebieten die Lage sich schnell verbessert, weil die Ungleichheiten in Europa sind ziemlich groß. Ich glaube, da ging es jetzt bei der Frage auch darum, um diese Sichtbarkeit für den einzelnen Bürger, das manchmal vielleicht nicht ganz transparent ist. Was ist aktuell überhaupt in Brüssel in Arbeit? Daran schließt sich, glaube ich, auch unsere nächste Frage an. Auch wieder an Sie, Herr Beck. Thomas Jüttner möchte wissen, wieso wirkt Brüssel manchmal, als wäre es ein träges Bürokratiemonster? Naja, alle moderne Staaten sind schreckliche Bürokratien eigentlich. Es geht einfach nicht anders. Ich erinnere mich noch immer auf meine studentische Lektüre von Max Weber und die Theorie der Bürokratie. Es ist unsere Verteidigung gegen die Mächtigen. Es ist seltsam, aber es ist so. Eigentlich die Bürokratie ist Verteidigung gegen die Usurpation von der Macht. Es ist eine komplizierte Prozedur. Ich kenne es auch sehr gut von meiner Universität her. Das ist eine riesige bürokratische Organisation mit vielen internen Vorschriften und Regeln und Abstimmungen über Verschiedenes. Also man muss immer damit irgendwie menschlich umgehen. Man muss es versuchen. Aber ohne Bürokratien geht es auch nicht. Weil die Alternative ist ganz schrecklich. Das ist eine Diktatur ohne Bürokratie. Das wäre wahrscheinlich das Schlimmste. Also das ist keine Verteidigung von bürokratischen Prozeduren. Aber man muss wissen, dass einfach ohne Bürokratie in dem neutralen Sinn geht es einfach nicht. Herr Gotthard, möchten Sie da vielleicht auch noch mal einsteigen bei der Frage, dadurch, dass Sie ja auch schon viel praktische Erfahrungen in Brüssel gesammelt haben, was ja auch die Bürokratie vor Ort angeht? Also zwei kurze Kommentare dazu. Das eine ist, man bekommt natürlich als Bürger in den meisten Fällen über die Presse nur mit, was nicht funktioniert. Das heißt, all das, das funktioniert, also der Binnenmarkt, der funktioniert, die Regeln, die eingehalten werden, das kriegt man ja nicht in den Medien präsentiert. Also da ist die Wahrnehmung ein bisschen verschoben, weil immer nur die Bad News Good News sind. Und das Zweite, was die Beamtenschaft in Brüssel betrifft, also ich war ja lange genug da, da gibt es auch schwarze Schafe, aber grundsätzlich ist das Beamtenstatut auf der europäischen Ebene eines der modernsten in ganz Europa, unter anderem mit Leistungspunkten. Also wenn da keine, das ist fast wie in der freien Wirtschaft, wenn Leistung nicht erbracht wird, gibt es keine Aufstiegsmöglichkeiten. Und ich glaube, was den Beamten in Brüssel, so viele ich jetzt kenne, nicht fehlt, ist Intelligenz, auch nicht Arbeitsdrang, sondern was manchmal fehlt, ist diese Erdung. Und das, glaube ich, ist das, was sich einfach ändern müsste. Deswegen habe ich vor Jahren schon mal vorgeschlagen, die Brüsseler Beamten, und das ist nicht böse gemeint, müssten eigentlich die Möglichkeit haben, einmal alle zwei Jahre für eine Woche in ein Praktikum zu gehen, und zwar ganz einfach beim Bäcker, beim Doktor, von mir aus bei der Müller-Pur, einfach mal ganz normal vor Ort einen Job zu machen, um selber, so wie der Bürgermeister, zu sehen, wie ihre Gesetze wirken. Dass man aus dem Elfenbeinturm mal wieder herunterkommt und sieht, wie die Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger aussieht. Herr Dr. Huber, Sie wollten auch noch was hinzufügen, vielleicht mit Blick auf die Zeit kurz? Ja, sozusagen zwei Dinge. Anschließend, was der Tobias gesagt hat, in meiner Verwandtschaft gibt es einen Spitzenbeamten, einen Juristen in Brüssel, der mir erzählt, dass sie nach einer gewissen Periode, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das fünf Jahre, müssen die Abteilung wechseln. Und das finde ich einen ganz wichtigen Zugang, dass man sozusagen nicht sein ganzes oder den Großteil seines Berufslebens jetzt ein wichtiges Thema Umweltschutz ist, sondern dass man sozusagen hier alle anderen Bereiche auch mitmachen muss. Also das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, den ich auch gerne, weil wir ja diese Frage auch immer wieder bei uns gestellt bekommen, mitgebe, ist, dass zum Beispiel die Stadt Wien mehr Bürokratie, mehr Beamte in der Verwaltung hat, als die ganze EU für Europa. Und das zeigt mir doch, dass das von den Mitarbeitern, zumindest in der EU, dass es doch schlank aufgestellt ist. Und dass man am Ende des Tages sozusagen dieses Monster ein bisschen, auch was die Mitarbeiteranzahl betrifft, relativieren kann. Also sehr ausführlich. Vielen Dank für diese Antworten auf die Frage von Herrn Jüttner. Herr Jüttner hat noch eine Frage, mit der wir jetzt weitergehen. Die geht noch einmal an den Herrn Gotthard. Was lief bei der Impfstoffverteilung in der EU schief? Warum wurden einzelne Länder benachteiligt? Wurden einzelne Länder, Entschuldigung, wurden einzelne Länder benachteiligt? Naja, gut, ich glaube nicht, dass sie benachteiligt wurden. Man hat abgefragt, wie der Bedarf ist. Man hat eine Sammelbestellung aufgegeben für Impfstoffe. So war der Ursprungsansatz. Und manche Länder haben mehr bestellt, manche weniger. Man hat dann, die einen haben da mehr bestellt, also von dem einen Vakzin, die andere von dem anderen. Und dann wurden eben unterschiedlich schnell die Vakzine freigegeben und geliefert. Und dadurch hat sich eine scheinbare Verzerrung ergeben. Deswegen sage ich, wir hätten damals eigentlich, aber das ist auch leicht gesagt in der Rückblende, wir hätten damals eigentlich für 40 Milliarden Euro mehr bei allen Firmen so viel bestellen sollen, dass wir sofort mehr Zugriff gehabt hätten. Da tut sich ein Land wie Israel natürlich in der Menge leichter, das zu schultern. Aber wir hätten es auch so tun müssen. Aber gut, es war nicht so. Ich glaube, dass die Verteilung nicht schiefgelaufen ist. Und ich glaube trotzdem, dass es gut war, dass wir uns immer wieder ausgeholfen haben. Das war diese Solidarität, zu schauen, dass niemand zu kurz kommt. Ich glaube, dass aktuell alle EU-Staaten gut versorgt sind mit Impfstoffen. Und wir sogar unsere Nachbarstaaten, also zum Beispiel der Republik Moldau mit Impfstoffen helfen können, damit auch dort die Impfung schnell vorangeht. Unsere vorletzte Frage richtet sich noch mal an den Herrn Dr. Huber. Caroline Mayerl möchte wissen, der Sommer steht kurz bevor. Glauben Sie, dass der europäische Impfpass noch rechtzeitig vor der Urlaubssaison fertig wird? Ich glaube, eine Frage, die uns alle beschäftigt aktuell. Das ist natürlich eine ganz berechtigte und eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir müssen darauf drängen, dass wenn wir reisen und die Reisefreiheit, das ist für mich auch ein Grundrecht letztendlich. Also wenn ich mir, wenn ich denke, die letzten eineinhalb Jahre war ich nicht im Ausland. Das ist also eine lange Zeit, wenn ich mir das überlege, müssen hier diese Mechanismen auch in Kraft treten, dass es einen gemeinsamen Pass geben wird. In Österreich ist es so, oder auch in meiner Ordination, jeder, der geimpft wird, bekommt das eingetragen in einen elektronischen Impfpass, als auch, wenn er einen mit hat, in den europäischen Impfpass, beziehungsweise kriegt er auch eine Bestätigung ausgedrückt, die er dann auch entsprechend vorweisen kann. Wünschenswert wäre aber auch hier ein gemeinsames Vorgehen. Damit kommen wir zu unserer letzten Frage an den Herrn Gotthard noch einmal. Andrea Graham fragt, Wie stehen Sie zur EU-Bürgerbegehren statt nur Bürgerbefragungen für EU-Themen? Naja, wir haben ja mit der Bürgerinitiative, wie sie jetzt steht, ist es ja ein bisschen mehr als nur eine Befragung. Wenn eine Bürgerinitiative erfolgreich ist, das heißt mindestens eine Million Stimmen in mindestens sieben Mitgliedstaaten, dann hat die EU-Kommission zumindest die Pflicht, sich damit zu beschäftigen. Sie kann das ablehnen, das ist richtig, das ist schade, das müsste man auch weiterentwickeln. Also, dass Dinge einfach so vom Tisch gewischt werden dürfen, sollte eigentlich nicht sein. Aber es ist mehr als eine Befragung. Ich glaube, dass wir im Rahmen der Zukunftskonferenz darüber reden sollten, dieser berühmte Satz mehr Demokratie wagen. Ich glaube, das könnte man schon versuchen, nach den ersten Jahren guter Beispiele der Bürgerinitiative zum Beispiel, die für das Recht auf Trinkwasser, also gegen die Privatisierung von Trinkwasser, das war ein Punkt, den wir ganz stark mit angestoßen hatten als Freie Wähler, die sehr erfolgreich war und die auch am Ende dafür gesorgt hat, dass es jetzt festgeschrieben steht, dass Trinkwasser nicht, dass der Zugang zum Trinkwasser garantiert sein muss. Das sind gute Beispiele, die wir nutzen könnten, um die Bürgerinitiative fortzuschreiben und weiterzuentwickeln. Herr Beck, möchten Sie noch ergänzen Ihre Meinung zu diesem Thema EU-Bürgerbegehren versus Bürgerbefragungen? Ich stimme mit Tobias, also ich habe nichts mehr zu sagen. Wir sind einer Meinung. Das ist doch schön, wenn wir eine harmonische Runde haben hier. Ja, vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die sehr interessante Fragen eingeschickt haben. Mit Blick auf die Zeit schließen wir die Fragerunde jetzt erst einmal, aber es wird selbstverständlich noch weitere Ausgaben von Blick.Bayern geben, bei der sie dann wieder die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.